Was ist Dunja Hayali die hellste Kerze auf der Torte des Haltungsjournalismus? Denkst du das? Oder ist sie eine Dumpfbacke, wie man keine zweite findet? Fragen über Fragen in Sachen Dunja. Nun ja, Elon kündigt sein neues Produkt für den 8.8. an. Das ist natürlich Nazi-verdächtig. Untertitelung des ZDF, 2020